Hey Leute, in unserem heutigen Video werdet ihr einige der besten Badezimmerleuchten sehen können, die auf dem Markt erhältlich sind. Wir haben sie nach ihrer Qualität, Kapazität, Preis und Benutzerzufriedenheit kombiniert. Weitere Informationen findet ihr in der Beschreibung unten. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren oder unten auf das Glockensymbol zu klicken, um als Erste über unsere Videos informiert zu werden. Auf Platz 3 haben wir den DRIPEX Badezimmerspiegel mit der Idee. Der DRIPEX Badezimmerspiegel mit LED-Beleuchtung ist eine stilvolle und funktionale Ergänzung für jeden modernen Badezimmerbereich. Mit einer Größe von 60 x 80 cm ist dieser Spiegel darauf ausgelegt, sowohl praktische Beleuchtung als auch einen Hauch von zeitgenössischer Eleganz in ihre Badezimmereinrichtung zu bringen. Hier ist eine ausführliche Beschreibung seiner Funktionen. LED-Beleuchtung Dieser Badezimmerspiegel ist mit eingebauten LED-Leuchten ausgestattet, die ein kühles weißes Licht mit einer Farbtemperatur von 6400 Kelvin abgeben. Die helle und klare Beleuchtung verbessert nicht nur die Sichtbarkeit, sondern verleiht ihrem Badezimmer auch ein Gefühl von Frische und Klarheit. Anti-Beschlag-Funktion Eine der herausragenden Eigenschaften dieses Spiegels ist seine Anti-Beschlagfähigkeit. Dank modernster Technologie bleibt die Spiegeloberfläche selbst in den dampfigsten Badezimmerumgebungen klar und frei von Beschlag, sodass sie sich jederzeit klar sehen können, ohne ständig den Spiegel abwischen zu müssen. Berührungsschalter Die LED-Lichter zu bedienen, ist ein Kinderspiel mit dem berührungsempfindlichen Schalter. Ein einfacher Tastendruck genügt, um die Lichter ein- oder auszuschalten, was ihn zu einer bequemen und benutzerfreundlichen Wahl für den täglichen Gebrauch macht. Auf Platz 2 haben wir den Make-Course Badezimmerspiegel mit Beleuchtung. Wir stellen vor, den Make-Course Badezimmerspiegel mit Beleuchtung, eine runde und innovative Ergänzung, um Ihre Badezimmereinrichtung und Funktionalität zu verbessern. Mit einem großzügigen Durchmesser von 70 cm bietet dieser Spiegel eine einzigartige Mischung von Eigenschaften, die ihn herausragen lassen. Hier ist eine umfassende Beschreibung seiner bemerkenswerten Qualitäten. LED-Beleuchtung Ausgestattet mit energieeffizienten LED-Lichtern bietet dieser Spiegel ein weiches, neutrales Licht mit einer Farbtemperatur von 4300 Kelvin. Diese warme und dennoch neutrale Beleuchtung eignet sich hervorragend für die Pflege und das Auftragen von Make-Up, um sicherzustellen, dass Sie jedes Mal das perfekte Aussehen erzielen. Rundes Design Der Make-Course Badezimmerspiegel zeichnet sich durch sein zeitgemäßes rundes Design aus, das einen Hauch von Eleganz in Ihren Badezimmerbereich bringt. Seine kreisförmige Form schafft einen harmonischen und ausgewogenen Mittelpunkt, der ihn zu einer optisch ansprechenden Ergänzung Ihrer Einrichtung macht. Anti-Beschlag-Funktion Verabschieden Sie sich von der Frustration beim Umgang mit beschlagenen Spiegeln nach einer heißen Dusche. Der Make-Course-Spiegel verfügt über fortschrittliche Anti-Beschlag-Technologie und gewährleistet eine klare Reflexion auch bei dampfenden Badezimmerbedingungen. Auf Platz einhaben Sie den Make-Course-Badezimmerspiegel mit Beleuchtung. Wir stellen vor, den Make-Course-Badezimmerspiegel mit Beleuchtung, eine runde und innovative Ergänzung, um Ihre Badezimmereinrichtung und Funktionalität zu verbessern. Mit einem großzügigen Durchmesser von 70 cm bietet dieser Spiegel eine einzigartige Mischung von Eigenschaften, die ihn herausragen lassen. Hier ist eine umfassende Beschreibung seiner bemerkenswerten Qualitäten. Anti-Beschlag-Funktion Verabschieden Sie sich von der Frustration beim Umgang mit beschlagenen Spiegeln nach einer heißen Dusche. Der Make-Course-Spiegel verfügt über fortschrittliche Anti-Beschlag-Technologie und gewährleistet eine klare Reflexion auch bei dampfenden Badezimmerbedingungen. Integrierte Uhr Dieser Spiegel geht über das übliche hinaus, indem er eine eingebaute Uhr integriert. Diese Funktion ist nicht nur praktisch, sondern verleiht Ihrem täglichen Ablauf auch eine gewisse Bequemlichkeit, so dass Sie die Zeit im Blick behalten können, während Sie sich morgens fertig machen. Rundes Design Der Make-Course-Badezimmerspiegel zeichnet sich durch sein zeitgemäßes rundes Design aus, das einen Hauch von Eleganz in Ihren Badezimmerbereich bringt. Seine kreisförmige Form schafft einen harmonischen und ausgewogenen Mittelpunkt, der ihn zu einer optisch ansprechenden Ergänzung Ihrer Einrichtung macht. Der Make-Course-Badezimmer